Mein Bildungsgutschein hat sich heute auch erkenntlich gezeigt. Für die Leute, die es vielleicht interessiert, was ich zur beruflichen Zukunft vorhabe. Nichts besonderes, wie gesagt. Ein einfacher Job als Flughafenkontrolleur für etwa 11€ die Stunde. Aber besser als nix. Das bedeutet, dass ich dann am nächsten Mal wahrscheinlich gar keine Let's Plays machen kann. Aber erstens werde ich keine Ruhe haben und zweitens auch wahrscheinlich kein Internet haben. Zumindest, ne, um dauernd Videos hochladen zu können, wie ich es die letzten Tage gemacht habe. Sprich 200 Videos pro Woche. Das fällt dann aus. Vielleicht kann ich irgendwann mal heben oder so, nehme das Rechner mit und dann tue ich mal wochenend lang hochladen oder so. Aber das sind 500km bis dahin. Also ich denke mal, da werde ich auf alle Fälle mal ein bisschen Geduld haben müssen, bis es hier mit Risen weitergeht und auch mit anderen Sachen. Ich versuche jetzt hier einfach noch diese Woche ein bisschen Fortschritt zu machen eben, dass ich hier noch ein bisschen vorankomme. Aber ich denke mal, ab nächste Woche oder ab Sonntag dann ist hier erstmal Pause angesagt. Und das wird wahrscheinlich bis Dezember so gehen. Manchmal muss ich noch ein paar Teile hochladen, wenn ich da heben bin. Und ich denke mal, das wird maximal alle drei Wochen oder so sein. Und ich kann es mir nicht leisten, hier jede Woche mit dem Auto dann heben zu fahren. Mal! Warte! Na! Warte! Mme! Warte! ist jetzt wieder sterbe und da voll Energie. Das ist ein Mistvieh! Komm her! Warte! 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 Und tschüss! Warte! ich bin da jetzt in den Geschirr. Schau mal ein paar Sekunden. Kommen bestimmt aus dem Boucher aus. Wenn wir was heil dran kriegen. Ich hab so viel Heilkrautzeug und alles, ich hab noch nie das Heilkraut gefressen. Also ich kann hier wirklich nicht mehr Bock haben, richtig Alchemiestunde machen. Verdammt. Mal gucken, ob ich die totkriege. Oh, das sieht schon ein bisschen mit Zwingbauer aus. Der mit dem Stock ist gefährlich. Das nervt. Komm her und sterbe. Ja, ich hab zum Glück auch noch größere Heiltränke. Ja. Hier macht er hier noch was im Kampf. Verdammt. Ich muss erst mal das Hattrick dann abschalten. Ich hab da so ein Plakid installiert, dass du draußen so ruggeln die Sachen. Verdammt, was macht der hier? Das Kampfsystem ist wirklich nervig manchmal. Ich sterbe eigentlich. So, Nummer eins. Hier ist dann der nächste Tod. Ich hoffe mal, das ist nicht wie der nächste Tod. Ich hoffe mal, das ist nicht wie der nächste Tod. So, ich hab da jetzt schon viel erzielen. Dieser Storttrott. Die gehen wieder gerne. Ich hab den Schmack. Ach. Was? Ich drehe mich erst mal um und gehe zu den Körpern ab. Der eine müsste sterben. Nein, den wollte ich gar nicht hier. Wo macht denn der hier? Wieso schlägt der neuerdings daneben hier? Immerhin ist der Storben heute jetzt tot hier. Ey, du musst doch noch sterben. Der hier. So, das ist gut, das sind zwei. Die scheinen wieder ein bisschen leichter zu sein als die anderen. Wieso der, der hier? Verdammt, warum ist der halt zu dumm? Ich sterbe endlich. Verdammt. Ich raste hier bald alles. Okay, sind klar weiter. Ich mache jetzt klar dieses. Verdammt. Jetzt mach den. Jetzt mach den. Ja. Der muss doch nicht fliegen. Au. Ich mach gleich erstmal jetzt das Hattrick aus, mit dem ich die Skelette geplündert habe hier. Weil das nervt einfach. Hier, es gibt Piepen und das ist, Hattrick ist eben Fußballmanager. Und ja, hier ist noch einer. Und da gibt es diese Plugins. Da sind wir nur noch Piepgeräusche, wenn jemand online kommt und so. Und ja, das ist ein Online-Fußballmanager eben. Und das nervt. Ich bin gleich zurück. So, ich bin zurück. Hattrick ist jetzt aus. Und wir können weiter Richtung, äh, Festung oder was das ist hier vorne. So, ich bin zurück. Ach, die Weiz ist jetzt schon einiges besser. Ja, wir wollen Richtung Festung gehen. Ach, der Gnome hier vorne. Ach, der Gnome hier vorne. Ja, ja, Gnome hier vorne. Ja, ja, Gnome hier vorne. Da bin ich mit dem Häuptling dabei. Ach, das nervt hier. Aber ich habe gesagt gerade ein bisschen stürmt. ja so Nummer eins Nummer zwei muss der zweite konnte nicht treffen, der dritte haut umso mehr rein Der steht da bloß dumm rumhören Mann, ich will mal dran schlägen Ja, so Jetzt hängt ihn seine Birne so ein bisschen schlaff Und vier solche Werkzeugbeutel brauch ich noch Vielleicht hat der noch einen Nee Scheinbar haben das die Häuptlinge oder Mal einer von denen Was machen die hier? Heldenkrone, okay Und Heringe Kann ich aber nicht benutzen Schade Diese Gnome-Auschlöscher So, wir müssen uns mal wieder heilen Und nehmen wir so eine Pflanze mit her Es kommt jetzt hier wieder so ein verfluchter Burgherr bestimmt wenn ich mich nicht irre Genau, haben wir hier schon den vierten oder dritten besser gesagt Der eine war ja geklaut darin Das ist mein Handy Das ist mein Handy Das ist mein Handy Naja Ich räumt wirklich was wert das Zeug Ich mach ja Speicherung los ... ... ... . DAS ja, das war ein sehr tiefes Fall nach unten Wo waren wir denn stehen geblieben? Na ja, in Lübeck, genau. Ich werde nicht mehr so viele Videos hochladen am nächsten Wochen. Also da wird maximal immer in drei Wochen wahrscheinlich ein Update kommen. Ich werde im Rest nur jeden Fall mitnehmen und werde in Lübeck weiterspielen, abends. Und auch aufnehmen. Aber ich werde wahrscheinlich...